Servus, meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir, beziehungsweise hier seht ihr jetzt hauptsächlich meinen Mann in Aktion, denn wir haben unten einfach weitergemacht, bei uns jetzt eben in unserem Bereich, wo wir dann später wohnen werden. Und im letzten Video habt ihr ja schon gesehen, dass ich die Küche fleißig eingeräumt habe, also da habe ich mir wirklich sehr viel Mühe gegeben, aber ich habe tatsächlich jetzt dazu im Alltag gemerkt, dass einfach viele Sachen komplett unnötig gewesen sind und nicht dahin passen, wo ich sie eben hingeräumt habe. Ihr könnt euch das Video gerne mal angucken, ich verlinke es euch auf jeden Fall oben und auch einmal unten in der Infobox. Und wenn es mir dann wieder besser geht, dann werde ich natürlich auch ein Video machen, wie eben der aktuelle Stand der Dinge ist und ich werde euch auch bald erzählen, was denn so in letzter Zeit los gewesen ist bei uns, denn ja, da war schon einiger Trubel und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich sehr, sehr froh bin, dass das Gröbste jetzt tatsächlich überstanden ist. Es sind natürlich auch noch einige gesundheitliche Tiefen da, aber naja, da muss man halt einfach durch, da führt kein Weg daran vorbei. Mein Mann hat jetzt hier im zukünftigen Wohnzimmer die Plane einmal ausgelegt, also das ist so eine Folie quasi, die kann man dann an der Seite eben festmachen und dann hat man die Möglichkeit, die ganz gut auszubreiten, weil wir eben nicht nur die Wände, sondern auch die Decke streichen wollten, beziehungsweise ich. Also man hat schon gesehen, jetzt ist es einfach sehr, ja, wie soll ich die Farbe beschreiben? Ich finde sie irgendwie ein bisschen schmuddelig, muss ich ganz ehrlich zugeben, mir hat sie einfach überhaupt nicht gefallen und darum habe ich gesagt, ich möchte alles einmal komplett weiß haben und darum hat mein Mann sich da auch sehr, sehr viel Mühe gegeben, das Ganze auszukleiden. Im letzten Video hat er nämlich auch die Küche noch ausgekleidet, das könnt ihr jetzt auch so sehen, wenn ihr so ein bisschen nach links reinschaut. Und ja, jetzt ist eben das Wohnzimmer dran, das Schlafzimmer hat er auch gemacht. Ich weiß allerdings nicht, ob ich davon so viele Aufnahmen habe, wie er gestrichen hat. Ich glaube, dass es eher so im Wohnzimmer passiert. Generell muss ich auch sagen, dass ich von den, ja, Sanierungsarbeiten, kann man jetzt glaube ich nicht sagen, eher so Renovierungsarbeiten, dass ich davon irgendwie nicht so viele Aufnahmen gemacht habe, wie ich eigentlich hätte, ja, machen wollen. Einfach aus dem Grund, weil mein Mann des Öfteren auch hier alleine drin gewesen ist und ich nicht die Möglichkeit hatte zu filmen. Also er hat sich da sehr viel Mühe gegeben, auch immer dran zu denken, aber er ist da einfach nicht so in dem Element drin wie ich. Ich denke da eher dran, okay, Kamera richten, Kamera einschalten und er hat es einfach in der Arbeit vergessen. Aber das ist vollkommen in Ordnung. Wichtig ist ja, dass er seine Arbeit gemacht hat dort und das alles, ja, ausgekleidet hat. Und er hat dann auch ganz fleißig gestrichen, weil es mir da auch gesundheitlich eben nicht so gut ging. Also ich konnte einfach nicht viel machen, aufgrund auch von der Schwangerschaft. Und man sieht hier, wie viel Mühe er sich wirklich gibt, da alles auszukleiden. Nur in der Küche hatten wir es tatsächlich vergessen auf dem Boden. Also wir haben irgendwie überhaupt nicht dran gedacht, dass wir da den Boden auch vielleicht hätten schützen sollen. Aber das sind zum Glück Fliesen. Da ging das relativ einfach dann ab. Wir haben das dann abgekratzt, wenig später. Und ja, da ist dann halt einfach das Missgeschick passiert. Aber in der Küche war es dann so, wir hatten nämlich die Decke mit einem Lack bearbeitet, weil mir auch die Decke, mir war das einfach alles irgendwie zu dunkel und zu düst, sondern ich wollte so ein bisschen mehr Frische reinbringen. Und darum habe ich auch gesagt, dass ich einfach alles einmal komplett streichen möchte. Also wir haben tatsächlich alles gestrichen. Wir haben die Küche, wir haben den Flur, wir haben die Abstellkammer gestrichen und auch das Schlafzimmer eben. Und ja, das Einzige, was wir nicht gestrichen haben, ist tatsächlich das Badezimmer, weil ich hatte da irgendwann ehrlich gesagt auch keinen Bock mehr gehabt, bin ich ganz offen und ehrlich. Und so schlimm sah das Badezimmer tatsächlich nicht aus. Aber vielleicht kommen wir irgendwann dazu, das auch noch zu streichen. Aber das hat ehrlich gesagt Zeit. Wichtig ist vor allem mir gewesen, das Schlafzimmer, das Wohnzimmer und auch der Flur, weil wir uns in diesen Räumen einfach hauptsächlich aufhalten und natürlich auch die Küche und die Abstellkammer, damit einfach da auch wieder ein bisschen Frische reinkommt. Und die Räume wirken dann tatsächlich auch wesentlich größer, finde ich, wenn alles wieder schön weiß und einfach so einen frischen Anstrich bekommen hat. Mein Mann hat dann erst die Kanten quasi gemacht, also einmal oben und einmal unten entlang. Ich habe natürlich versucht, irgendwie zu helfen und ihn bei Laune zu halten. Also er war nicht begeistert davon, dass er das dann streichen musste. Aber anders ging es nicht. Ich glaube, ich war zu dem Zeitpunkt auch oben so ein bisschen beschäftigt und habe da etwas weitergemacht, also fast im Erdgeschoss. Das ist jetzt hier so der Keller. Und darum konnte ich da einfach nicht so viel helfen, wie ich eigentlich wollte. Und natürlich musste ich auch ein bisschen auf die Kinder aufpassen, dass die nicht die ganze Zeit mit ins Bild huschen. Ja, das war schon relativ anstrengend. Aber dafür, dass er streichen hasst, hat er es echt sehr, sehr, sehr super gemacht, muss ich sagen. So im Allgemeinen muss ich generell meinen Mann einfach auch mal loben. Ich weiß nicht, ob er das Video jemals anschauen wird. Aber naja, er macht echt sehr, 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 sehr viel. Und ich habe dann letztens so Kommentare unter meinem Video bekommen, wo ich ihm einfach eine Brotbox gemacht habe. So, ja, du machst hier einen auf Mutti und so weiter. Und ich denke mir, wenn mein Mann den ganzen Tag in die Arbeit geht und dann macht er noch solche Sachen, obwohl er überhaupt keinen Bock drauf hat und es einfach abgrundtief haste streichen, warum ist es dann so schlimm, wenn ich jetzt als Frau ihm dann sein Fespa mache für die Arbeit? Also das verstehe ich immer nicht so, weil es ist ja nicht so, dass er sich hier irgendwie zu Hause ausruht und einen auf vor ein Lenz schiebt und dann die Füße hochlegt auf dem Sofa. Nee, also er macht wirklich sehr, sehr viel. Und ich bin auch immer wieder überrascht, auch als wir dann umgezogen sind und den Transporter hatten, dem ist es vollkommen egal. Der hupft in jedes Auto rein und fährt es einfach. Ich finde es immer wieder faszinierend. Ich könnte das einfach nicht. Also ich könnte nicht mal mit meiner Mutter ihrem Auto fahren, obwohl das ähnlich groß ist wie meins. Aber das könnte ich einfach nicht. Also das finde ich tatsächlich sehr bewundernswert an ihm. Er stellt sich einfach seinen Aufgaben und macht natürlich alles, was er eben so kann. und versucht dann auch mit YouTube halt so ein paar neue Ideen, Inspirationen oder auch Hilfestellungen zu finden. Er hat natürlich auch eine Sache, wo er sagt, da geht er nicht ran. Das ist ihm einfach zu heikel und das finde ich auch in Ordnung so. Besser er sagt es und dann holt man dafür lieber einen Profi, anstatt dass man dann einen Push macht oder er irgendwas falsch macht und am Ende ist er dann total sauer auf sich selber. Also da finde ich das gut, wenn man auch seine Grenzen einfach kennt und sagt, okay, nee, bis hierhin und nicht weiter. Und ja, also er hat sehr, sehr fleißig gearbeitet. Das muss man schon mal sagen. Und ich weiß gar nicht, ob ich hier noch die Aufnahmen drin habe vom Schlafzimmer. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, hier geht es tatsächlich komplett nur ums Wohnzimmer. Also er hat hier wirklich auch bei den Fenstern die Rahmen und alles schön gemacht. Und ja, ein bisschen haben wir es nicht komplett abgeklebt. Ist mir gerade so aufgefallen, weil ich sitze gerade nämlich im Wohnzimmer und schaue gerade so hin. Und ja, ich glaube, das müssen wir einfach noch wegmachen, sauber machen. Aber das ist nicht so schlimm. Ganz ehrlich, das sind so Kleinigkeiten und so Feinheiten. Und in dem ganzen Stress, er hat eh so viel zu tun. Er hat unten im Keller so viel gemacht. Und im Erdgeschoss steht er auch noch einiges an. Und dann irgendwann, wenn wir damit fertig sind, dann kommt hier noch das Obergeschoss dazu und das Oberobergeschoss. Also falls ihr die Roomtour noch nicht gesehen habt, beziehungsweise die Haustour, dann schaut euch das gerne mal an. Das verlinke ich euch auch das Video. Und dann versteht ihr vielleicht eher, was ich meine. Es ist schon relativ groß und es ist ein riesengroßes Projekt, was wir hier jetzt haben. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir das auf jeden Fall schaffen werden. Was ich dann hier auch unbedingt noch haben wollte, tatsächlich, waren neue Leisten. Also da waren vom Vorgänger zwar noch Leisten dran. Ah, jetzt macht er gerade die Decke. Das war, glaube ich, auch nicht so sein Ding. Ich habe dann am Ende tatsächlich noch ein bisschen was gemacht und meine Mutter auch. Aber wir haben halt auch oben noch einiges zu tun gehabt. Und ja, genau, wegen den Leisten. Also es waren zwar Leisten vorhanden, aber leider nicht komplett alle. Und darum habe ich gesagt, ich möchte neue Leisten haben. Ich habe mich jetzt dann für Weise entschieden. Da hat auch meine Tochter ganz fleißig geholfen. Ich konnte bloß bei diesem Zeitraffer-Video es nicht so gut zensieren. Sonst hätte man einfach viel, viel mehr gesehen, weil sie war wirklich sehr, sehr fleißig. Sie hat da alles zusammengekehrt und gefegt und alles sauber gemacht. Und hat einfach auch hier sehr gut geholfen. Und da haben sie eben dann die Leisten angebracht und erstmal alles vorbereitet. Ja, da ist dann schon alles auch gestrichen gewesen. Wir haben den Boden da auch schon soweit sauber gemacht. Und das war auf jeden Fall ziemlich viel Arbeit. Also ich hätte es tatsächlich nicht gedacht, dass das so dermaßen zeitintensiv einfach ist. Aber ich finde diese weißen Leisten, die schauen so schön aus. Hätte ich auch nicht erwartet. Also ich war tatsächlich vorher immer so, es muss so Ton in Ton sein. Also es muss quasi die gleiche Farbe der Leiste, muss auch mit dem Boden halt gleich sein. Aber ich habe dann tatsächlich einige Videos gesehen und war halt auch in verschiedenen Wohnungen. Und habe das dann mir angeschaut und fand es dann so schön mit diesen weißen Leisten einfach. Und dann habe ich gesagt, okay, ich möchte das so haben. Da sieht man jetzt so ein bisschen mehr meine Tochter. Also sie war wirklich sehr, sehr fleißig. Ich musste auch mal mit ihr drüber reden. Aber ich möchte sie eigentlich weiterhin trotzdem zensieren. Und darum habe ich versucht, das eben so zu machen, dass man sie nur so sieht, dass man halt ihr Gesicht nicht erkennen kann. Aber das war mit dem Zeitraffer leider sehr, sehr schwierig, das zu zensieren. Und darum sind da einfach nicht so viele Aufnahmen entstanden. Aber ja, das war es dann tatsächlich auch schon mit dem Wohnzimmer. Und das ging so, so schnell, jetzt in den Zeitraffer-Videos zumindest. Ich hoffe natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Falls ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Kostens Abo könnt ihr auch immer gerne hinterlassen. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.